Diese Gelder, die hier dann auf uns zukommen, die gehen zugleich getan an den beiden Kindergärten in Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, es kommt viel zusammen und es wird schon laufen. Bratwurst, alles umsonst? Bier, alles umsonst. Die Leute sollen nur mal eine Spende leisten. Wenn sie sich ein Würstchen essen, dann hat sie mal ein bisschen eine Spardose werfen. Umso mehr wir sie essen, umso mehr spenden sie, umso mehr kriegen die Kindergärten. Jedes zehnte Auto tankt umsonst? Heute schon richtig gut aufgetan? Ja, die Resonanz ist sehr groß und ist dann noch eine halbe Stunde, glaube ich, und das lohnt sich. Auf jeden Fall.